...eine Art und so an unsere Wärmereifen, in diesen 50er Jahren war das total schick, wie er an unsere Wärmereifen draufkommt. Das ist jetzt der ganze Topferraum, dieses Topf da hinten, da gab es einen extra Topferplatz für, weil heute, an die grünen Sport, das sind ja exklusiv on board, da ist das ganz schön, ne? Werden Sie mal heute eine Zeit haben, schauen Sie mal im Internet, unser YouTube, geben Sie einen Ford Skulliner, da gibt es einen ungeschriebenen Wärmestock aus 50er Jahren mit Lucille Boyle, die Hälfte werden noch kennen, die füllen ein Fluss vor. Danke, das Automat ist viel gefahren. So, die Schärmere vorwärts kamen von 51 auf den Markt.